hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal games mit blicky heute mit einem neuen projekt und zwar einfach die testversion von elite dangerous ok hier sieht man full game nicht verfügbar in der testversion ja mal schauen wie es sich so spielt das wird heute eine folge von blicky probiert etwas neues und am ende der folge werde ich zu schauen gibt es eine lp dazu oder auch nicht mit x kann ich hier okay aha der t kann ich schießen und wie kann ich vorwärts aber wie okay langsam verstehe ich das prinzip aber hier muss ich insgesamt sechs kanister zerstören ich erinnere mich jetzt wohl die karte ähm das hier das sollte ich etwa bald auf auf gleicher höhe sein auch schon dachte schon keine munition mehr zu viel gas wo ist das die schüsse prallen auf wie man sieht oder das nur schusstraining und links sehe ich wieviel leben das ist noch das was spiel das mal im hallo hallo ah, reloading Aber wieder Reloading, lieber jetzt als gar nicht. So, jetzt bin ich sehr nahe, das geht schnell. Alle? So, das ist mal abgeschlossen. So, Combat Training, Basic Flight, Basic Combat. Ich habe mal ein paar Videos gesehen im Internet. Und kann ich das abschießen? Das ist keine Chance gegen mich. Okay, dann wenig aufladen lassen, lieber. Okay, ich verwische dich. Hat er mich überhaupt auch mal getroffen? Warte, wehrt er sich überhaupt? Target destroyed. Bam. Erfolg, Killer Instinct. Zurück zu Training. Wolfpack Tactics. Okay. Ich finde das einfach wunderbar, ob die Vollwissung dann auch auf Deutsch ist oder nur auf Englisch geschrieben. Wäre vielleicht gut zu wissen. Hm, irgendetwas springt hier so. Hallo? Ey, umfliegt mich nicht die ganze Zeit. Alle, weg. die karte ich verwirsche dich Okay, hier. Ah, das ist cool. Wo ist er? Eine komplette Drehung. Verwisch ich noch. Hey, du bist doch schon auf Null. Okay, jetzt müssen Dims ja nicht schildern. Bei mir sieht es noch gut aus. Okay, ich sehe ihn auf der Karte. Ich muss ihn nur noch hier auf dem Schlachtfeld entdecken. Aber wo ist er? Okay. Momentan hier im Training beste Möglichkeit einfach irgendwo stehen bleiben und drauf zu ballern. Du entspricht mich nicht. mal overload und rechts sehe ich das nicht flüchten kollege nicht 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 Und schon, reload, reload. Jawohl. Ok, Cobra Face of, ist das noch Combat? So, Dogging Training. Auch andere Sachen testen, nicht nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. So wie ich weiss, ist das kein pures Kampfspiel. Wer will, kann auch hier mit Hondeln Cash verdienen. Und ja. Mal schauen. Welcome to Dogging Training. Cool. Cool. Welcome to the surface. Noch ein wenig umschauen. Hier kann man ein Hand abdrucken. Hier ist der Hilfe Koffer. Oh. Select Launch. Fly smart. Fly safe. Reduce your speed inside a docking bay. Ok. Ah, ich muss die Checkliste zuerst. Okay. Done. Okay. So, alles getestet. Steigen. Schaffen wir das? Und wir sind raus. Und wir sind raus. Training. So. Starten haben wir mal gelernt. Das ist die Landung. Dog with Training Station. Sieht nicht so einfach aus. Auf null. Ähm. Habe ich hier überhaupt die Erlaubnis bekommen? Die Landerlaubnis? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich... Nein. Okay, okay. Okay. Carbershop landing gear. Landing gear retracted. Oops. Oops. Under attack. Shields are blown. Eject. 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 Wieso steht nirgends wichtig, wie ich... ...um Landerlaubnis fragen kann? Okay. Also jetzt schau ich mal. One new contact, dock with training station. Okay. Enable open. Stimap. Ne. Coms panel. Moment, was war das? Torpet panel. Torpet panel. Training station. Request docking. Kann ich jetzt? Landing gear deployed. Landing gear retracted. Hm. Landing gear deployed. So, jetzt darf ich wohl landen, hm? Habe ich das endlich geschafft? Ja, ich darf. Auf 29. Auf 29. Floppy. Auf 29. Hm, geil. Nicht soo einfach. Um, um. Drehn Langsam I'm bored, aren't? Versuch Nummer 2 Okay Also hier ist nichts Kalko Scoop Ah Jetzt Kalko Scoop habe ich gemacht Wieso muss es so kompliziert sein? Ah so gut Sensor Shiplights Okay Oh 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 Nein Stillstand. Jetzt bin ich doch gelandet. Fick dich. Eject. Eject. Ganz ehrlich, keine Nerven mehr. Boah. Travel. Galaxian System Maps. Ja, einfach rausgehen, hm? Ja. Support Service. Und dann lasse ich wieder rein. Kann ich hier. Einfach mal Launch drücken. Ups. Und draußen. Und draußen. Exit to 5 km. To leave. To jump. Landing gear deployed. Charge FSD. Ah. Nur drücken. Und es geht gut deployed. Und weiter. weiter. Ich bin hier. Und ich gehe einfach mal. Hier. Hier, hier, hier. Hier. Piep, 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 piep. Jetzt habe ich mehr Power. ja so ja ich habe keine ahnung mehr ich weiß ehrlich gesagt nicht ob ich das weiter spielen sollte nicht für mich ist es ehrlich gesagt sehr kompliziert ich kann nicht einmal landen ich weiß nicht mal was ich jetzt hier machen muss aber ich denke es gibt sicher noch etwa die leute besser englisch können dass ich mehr verstehen oder das spiel an sich besser kennen ich werde es vielleicht auch noch ein wenig testen mal im internet schauen wie was funktioniert und vielleicht nehme ich es dann auf sagen vielen dank fürs zuschauen euer black mit elite dangerous eine probefolge und tschüss ja ja